Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 3 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung – Hessisches Gleichberechtigungsgesetz – Drucks. 192161 – Das Wort hat die Kollegin Ravensburg. Ich bringe den Gesetzentwurf ein. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir bringen heute gemeinsam mit unserem Koalitionspartner BÜNDNIS 90 die GRÜNEN das Hessische Gleichberechtigungsgesetz ein, ein Gesetz, das wegweisend für eine fortschrittliche Frauenpolitik im öffentlichen Dienst in Hessen sein wird. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Viele Gespräche mit den Frauenverbänden, mit den Gewerkschaften, den Kommunalen Spitzenverbänden haben wir im Vorfeld geführt. Meine Damen und Herren, da gab es durchaus unterschiedliche Auffassungen, welchen Weg wir gehen sollten. Der Entwurf, den wir Ihnen heute vorlegen, berücksichtigt viele der wertvollen Vorschläge, und zwar immer unter dem Aspekt, was bringt uns voran bei unserem gemeinsamen Ziel, die Bleichgerechtigung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in der Verwaltung voranzubringen. Dieses Gesetz setzt konsequent an entscheidenden Stellschrauben an, um die Situation von Frauen auf dem Weg in Führungspositionen besser zu qualifizieren, ihre Chancen zu verbessern und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Das Gesetz lässt aber gleichermaßen die Effizienz nie aus den Augen. Deshalb möchte ich Ihnen unsere vier übergeordneten Ziele nennen, die wir in diesem Gesetz verankern. Erstens. Die Verbesserung des Anteils von Frauen in Führungspositionen. Schließlich arbeiten bereits mehr Frauen als Männer im öffentlichen Dienst. In Leitungs- oder Führungspositionen sind die Frauen aber nach wie vor zu selten zu finden. Das wollen wir ändern. Vorgesetzte und Führungskräfte wie Dienststellenleitungen haben ausdrücklich die Erreichung der Ziele dieses Gesetzes zu fördern und die Chancengleichheit von Frauen und Männern als durchgängiges Leitprinzip zugrunde zu legen. Das heißt, Frauenförder- und Gleichstellungspläne sind durch geeignete Maßnahmen umzusetzen. Zu diesen Maßnahmen gehört auch die Anwendung moderner Personalentwicklung. Solche Personalentwicklungskonzepte waren im bisherigen Gesetz als Modellvorhaben erfasst. Jetzt werden sie als mögliche Regelmaßnahmen im Gesetz integriert. Dazu gehört zum Beispiel das Personalbudgeting, gezielte Fortbildung für Frauen oder die Erprobung von Teilzeit auch in Führungspositionen. Es geht uns auch um den Zugang zu den Gremien, und zwar bei denjenigen, bei denen ein Entsendungsrecht besteht. Wir wollen hier eine deutlich bessere und deutlich erhöhte Verbindlichkeit schaffen. Schließlich ist unser Ziel, Frauen zur Hälfte in den Gremien bei der Entsendung zu berücksichtigen. Ausnahmen von der hälftigen Besetzung sind künftig nur noch aus erheblichen Gründen zulässig und dann auch achtenkundig zu machen. Unser zweites Ziel ist die bessere Berücksichtigung der Übernahme von Familienaufgaben. Die Übernahme einer Familienaufgabe, ob in Voll- oder in Teilzeit oder in Tälerarbeit, darf sich nicht mehr nachteilig auswirken, zum Beispiel bei dem Zugang zu Personalentwicklungsmaßnahmen. Zudem ist die Betreuung von Kindern oder auch die Pflege von Angehörigen eine hochqualifizierende Aufgabe, die künftig im Beruf, in der Qualifikationsbeurteilung, aber genauso auch bei Auswahlentscheidungen noch besser anerkannt werden muss. Sie darf nicht mehr automatisch zum Karriereknick bei Frauen führen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das gilt aber nicht nur für Frauen. Denn auch Männer übernehmen Familienaufgaben, und für die gilt selbstverständlich das Gleiche. Das ist auch bei Fortbildungsangeboten notwendig. Denn diese sollen künftig besser auf die Belange von Kollegen, die gleichzeitig Familienaufgaben leisten, zugeschnitten werden. Unser drittes Ziel ist die bessere und besondere Berücksichtigung von Frauen mit Behinderung. Diese sind immer einer Doppelbelastung aufgrund ihrer Frau sein und ihrer Behinderung ausgesetzt. Auch das ist eine Forderung, die wir im Koalitionsvertrag bereits verankert haben und jetzt umsetzen. Viertes Ziel ist die Stärkung der Rollen der Frauenbeauftragten. Dabei legen wir unseren Schwerpunkt auf die Verbesserung der Instrumentarien und die deutliche Erhöhung der Verbindlichkeit der Maßnahmen, um die Frauenbeauftragten in ihrer Tätigkeit zu stärken. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Dazu gehört das Initiativrecht ebenso wie das Organklagerecht. Beides waren langgehegte Wünsche der Frauenbeauftragten. So haben die Frauenbeauftragten bei Verstößen gegen ihre Mitwirkungsrechte ein Widerspruchsrecht. Sollte aber diesem Widerspruch nicht abgeholfen werden, dann hat die Frauenbeauftragte quasi als Ultima Ratio das Organklagerecht, und sie kann das Verwaltungsgericht anrufen. Ein ebenso wichtiges Anliegen der kommunalen Frauenbeauftragten war der direkte Zugang zum Ministerium in Fragen, die von grundsätzlicher Bedeutung sind. Auch das setzen wir in diesem Gesetzentwurf um. Deshalb, meine Damen und Herren, lässt sich zusammenfassend feststellen, wir legen Ihnen heute ein Gesetz vor, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und von Familie und Karriere wesentlich voranbringen wird. Wir verbessern den Zugang von Frauen zu Führungs- und Leitungsaufgaben und zu den Gremien. Wir stärken die Frauenbeauftragten in der Erfüllung ihrer Aufgaben. Alles das hat in einem breiten Diskussionsprozess stattgefunden. Deshalb möchte ich mich hier auch ausdrücklich bei der Landesregierung bedanken, die unseren Meinungsbildungsprozess im Vorfeld der Gesetzesvorlage immer unterstützt hat. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Genau, bravo. Das ist so. Den weiteren Beratungen sehen wir gespannt entgegen, Herr Merz. Wir werden deshalb unser klares Ziel weiter vorantreiben. Am 1. Januar 2016 wird unser heute vorgelegtes modernes und fortschrittliches Hessisches Gleichberechtigungsgesetz in Kraft treten. Die Frauenbeauftragten haben Planungssicherheit. Die Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst und bei bewahrten Beteiligungen wird wesentlich vorangebracht. Deshalb freue ich mich auf die Beratungen in den Ausschüssen. Vielen Dank, Kollegin Ravensburg. – Das Wort hat Frau Abg. Lisa Gnadl, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lange haben die Frauenbeauftragten auf dieses Gesetz warten müssen. Endlich gibt es einen schwarz-grünen Gesetzentwurf für das Ende dieses Jahres erneut auslaufende Hessische Gleichberechtigungsgesetz. Ihr Gesetzentwurf war längst überfällig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eineinhalb Jahre Zeit gelassen, um heute in erster Lesung ein Fraktionsgesetz einzubringen. Sie haben es nicht vermocht, bei diesem wichtigen Thema für den öffentlichen Dienst und insbesondere für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einen Regierungsentwurf in den Hessischen Landtag einzubringen. Damit umgehen Sie ein ordentliches Verfahren mit Regierungsanhörungen. Das ist jetzt aus Zeitgründen nicht mehr möglich. Im Hauruck-Verfahren werden jetzt die Anzuhörenden über die Sommerpause das jetzt nun vorliegende Gesetz lesen und bewerten müssen, und wieder wird die Zeit knapp. Dieses Vorgehen zeigt, welchen Stellenwert das Hessische Gleichberechtigungsgesetz für die Regierungsfraktionen hat. Wir haben als SPD-Fraktion schon 2013 einen eigenständigen, umfangreichen und fortschrittlichen Entwurf in den Hessischen Landtag eingebracht und diesen nach der damaligen Anhörung überarbeitet und Anfang 2015 erneut eingebracht. Immerhin konnten wir Sie mit unserem Gesetzentwurf ein bisschen treiben. Inhaltlich findet sich allerdings wenig in Ihrem Gesetz wieder, das schwarz-grüne HGLG ist aus unserer Sicht inhaltlich enttäuschend. Ihre Vorschläge erfüllen nicht die Erwartungen an eine Gesetzesnovelle. Ihre Änderungen haben wenig Substanz, und sie werden kaum den dringend notwendigen Fortschritt bringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zur Erinnerung. In Hessen gibt es viel Nachholbedarf in Sachen Gleichberechtigung. Wir wissen, dass es in der Spitze der Landesverwaltung Ministerien gibt, die frauenfreie Zonen sind, wie das Innenministerium oder das Wirtschaftsministerium. Wir wissen, dass die Zahl der Abteilungsleiterstellen von 56 Abteilungsleiterstellen nur neun von Frauen besetzt sind. Der Aufstieg in Führungspositionen ist für Frauen in Hessen nach wie vor steinig und schwer. Meine Damen und Herren, während wir in unserem Gesetzentwurf deutlich machen, dass Frauen nach wie vor benachteiligt sind, insbesondere eben auch in Bezug auf das Erreichen von Führungspositionen, fehlt es bei Ihnen schon bei der Definition des Ziels an Deutlichkeit. Im Gegensatz zu Ihrem Gesetzentwurf folgt unser SPD-Gesetz der klaren Regel, dass dort, wo Frauen unterrepräsentiert sind, sie bei gleicher Eignung, wenn nicht ein Mann offensichtlich besser qualifiziert ist, bevorzugt eingestellt werden müssen. Zwei entscheidende Punkte, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen, fehlen bei Ihnen komplett. Erstens die Verpflichtung zur öffentlichen Ausschreibung. Zweitens die paritätische Besetzung von Auswahlkommissionen bei Personalentscheidungen. Während wir mit eindeutigen Begriffsbestimmungen und ausführlichen Regelungen, die wenig Interpretationsspielraum lassen, die Frauenbeauftragten stärken wollen, zwingen Sie die Frauenbeauftragten weiter in zermürbende Auseinandersetzungen um die Frage, was mit den Dienststellenleitungen und den Personalchefs ausgelegt ist. Während wir die Frauenbeauftragten endlich angemessen ausstatten und entsprechend freistellen wollen, damit sie für ihre Tätigkeit als Frauenbeauftragte entlastet werden, gibt es bei Ihnen nur eine minimale Verbesserung, bei 150 bis 300 Beschäftigten eine Freistellung von 25 %. Meine sehr verehrten Damen und Herren von CDU und GRÜNEN, sind Sie noch weit vom ehemaligen rot-grünen Gesetzesentwurf in Hessen entfernt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD An dieser Stelle möchte ich vor allen Dingen auch den Frauenbeauftragten, die sich trotz dieser schwierigen Bedingungen und schlechten Ausstattungen engagiert für Frauenförderung und Gleichberechtigung in Hessen einsetzen, meinen herzlichen Dank aussprechen. Völlig wirkungslos ist die Formulierung, dass die Dienststellen ab 2000 Beschäftigten, falls erforderlich weitere Stellenanteile zur Verfügung gestellt werden sollen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Dienststellenleitung, die da etwas freiwillig für erforderlich hält, müssen Sie mir noch zeigen. Während wir den Frauenbeauftragten ein umfassendes Klagerecht einräumen wollen, bei dem eben auch die Entscheidung an sich beklagt werden darf, räumen Sie den Frauenbeauftragten nur ein Organklagerecht beim Verwaltungsgericht ein, wenn die Frauenbeauftragte ihre Rechte verletzt sieht oder keinen Frauenförderplan vorliegt. Das hat bei Ihnen aber noch nicht einmal eine aufschiebende Wirkung. Damit ist es auch kaum ein echter Fortschritt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerade die Frauenbeauftragten haben die Schlüsselposition inne, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Und das durchsetzen zu können, wenn man sie nur lässt. Deshalb sind die angemessene Ausstattung, die klaren Vorgaben und die wirkungsvollen Instrumente, wie sie in unserem Gesetzentwurf beschrieben werden, mit denen die Frauenbeauftragten die Rechte von Frauen auch am Ende durchsetzen können, so wichtig. Statt hier für wirkungsvolle Verbesserungen zu sorgen, bleiben Sie da auf halber Strecke stehen. Während wir den Geltungsbereich wesentlich breiter anlegen und damit das Gesetz auch für mehr Wirkung sorgen wollen, haben Sie so gut wie nichts am Geltungsbereich geändert. Manchmal hilft es ja, wenn man die Gesetze nebeneinander legt, um zu sehen, was hinter den Presseankündigungen steckt. Solange bei Ihnen nur darauf hingewirkt werden soll, dass bei Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen bei der Personalwirtschaft die Grundsätze des HGLG anzuwenden sind, können Sie ja wohl nicht ernsthaft von einer Erweiterung des Geltungsbereiches sprechen. Wenn Sie wirklich wollen, dann erweitern Sie den Geltungsbereich doch so, wie wir es vorgeschlagen haben, und vor allen Dingen machen Sie es verpflichtend. Denn ein Daraufhinwirken wird am Ende nichts verändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde es gewagt, bei den wenigen substanziellen Änderungen von einer echten Novelle zu sprechen. Es ist nicht erkennbar, wie die schwarz-grüne Landesregierung das Fortkommen von Frauen fördern will, um bessere Ergebnisse als bisher zu erzielen. Ich habe den Eindruck, dass Sie sich nicht wirklich einig sind in dem, was Sie wollen. Sie versuchen, den richtigen Weg einzuschlagen und greifen ansatzweise wichtige Punkte auf. Gleichzeitig bleiben Sie aber vage und unkonkret. Der eine Teil von Ihnen will den Geltungsbereich erweitern, der andere Teil nicht. So kommt am Ende ein, wir wollen daraufhinwirken, Kompromiss heraus. Dieses Zaudern und Zögern zieht sich am Ende wie ein roter Faden durch Ihren Gesetzentwurf. Ein neues, wirksames Gleichberechtigungsgesetz, das seinen Zweck auch effektiv erfüllt und Fortschritt bringt, ist möglich. Das zeigen wir Ihnen mit unserem SPD-Gesetzentwurf für ein Hessisches Gleichberechtigungsgesetz. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. – Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gleichberechtigung ist ein Thema, das uns jetzt schon sehr lange im Landtag beschäftigt, leider auch in einer Art und Weise, wie wir uns das nicht immer vorgestellt haben. Die Frage der Verlängerung eines Gesetzes und die Überlegung, wann wir endlich zu Entscheidungen kommen, haben uns sehr umgetrieben. Ich glaube, wir haben nun einen Gesetzentwurf vorliegen, der auch immer erarbeitet worden ist, jedenfalls von den Fraktionen der CDU und der GRÜNEN eingebracht. Das hat meine Vorrednerin, Frau Gnadl, schon ausgeführt. Man weiß nicht genau, wo man hinwill. Man kann den Weg der SPD in dem Glauben gehen, dass man mit einem Gesetz die Gleichberechtigung durchsetzen kann. Oder man kann versuchen, das Thema Rahmenbedingungen, die gesellschaftliche Akzeptanz und das Selbstverständliche der Gleichberechtigung entsprechend zu versuchen, hochzuhalten. Man kann die Frage der Quote oder man kann die Frage des echten Respekts und des Umgangs miteinander gehen. Herr Gremmels, da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Aber bei diesem Gesetzentwurf, der jetzt vorgelegt worden ist, weiß ich nicht, welche Auffassung die Tragenden Fraktionen – die haben es eingebracht – hier vertreten. Das wird sich auch in der Anhörung für uns noch einmal zeigen müssen. Ich bin auch etwas überrascht, dass ich jetzt Themen und Vorschläge finde, wo, als wir das SPD-Gesetz diskutiert haben, zumindest auch auf Unionsseite große Vorbehalte argumentiert worden sind, die wir jetzt hier finden. Ich kann mir auch die Debatten lebhaft vorstellen, die in Koalitionsrunden zu diesem Gesetz geführt worden sind. Da kann ich mich gut in die einzelnen Diskutanten hineinversetzen. Dieses Gesetz hat keine wirkliche Richtung, weil nicht klar ist, was eigentlich Ihr Ziel ist. Glauben Sie, dass die bisherige Förderung besser gelebt werden muss und dass man vielleicht ein bisschen nachjustieren muss, oder glauben Sie, dass man grundlegend mit Organklagerecht, Ausweitungen usw. gesetzlichen Zwang ausüben muss, um hier voranzukommen? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Ich denke, in der Anhörung wird es noch etwas klarer werden. Das SPD-Gesetz ist uns weitgehend gewesen. Das haben wir schon in der letzten Legislaturperiode deutlich gemacht. Was ich von Ihrem Gesetz halten soll, bin ich mir noch nicht abschließend klar darüber. Ich glaube, dass wir uns nach der Anhörung den endgültigen Meinungsbildungsprozess mitteilen und durch ein Abstimmungsverhalten klar machen. Allerdings, wie gesagt, ist mir nicht ganz klar, wollen Sie den Kurs der SPD-Fraktion gehen, oder sind Sie der Meinung, dass das, was bis jetzt vorgelegt hat, ausreichend sein könnte? Wie gesagt, sind wir auf die Anhörung gespannt und werden uns danach noch einmal eine Meinung dazu bilden. – Vielen Dank. Vizepräsident Frank Lortz Vielen Dank, Kollege Rock. – Das Wort hat Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Peinlichkeiten der hessischen Regierungspolitik bezüglich Frauen- und Gleichstellungspolitik gehen in eine neue Runde. Schauen wir uns doch einmal an, was bisher gelaufen ist. Wir sind im Jahr 2015, und seit 2011 haben wir eine Evaluation vorliegen, die sehr umfangreich war, nach der man hätte handeln müssen. Die damalige Regierung hat auch angekündigt, im selben Jahr noch einen Gesetzentwurf vorzulegen. Das selbe Jahr hat offensichtlich sehr lange gedauert. In 2013 hätte die Regierung, dass die Frauenförderung an der Stelle am liebsten einen leisen Tod sterben lassen, indem das Gesetz einfach ausgelaufen wäre, und dann wäre es zu Ende gewesen. Damit wäre es auch mit den Frauenbeauftragten zu Ende gewesen. Ich unterstelle Ihnen, dass es Ihnen am liebsten gewesen wäre. Wenn ich mir anschaue, wie lange es gedauert hat, um endlich zu einem Entwurf zu kommen, wenn er dann auch noch aus den Fraktionen und nicht aus der Regierung kommt, und so, wie er geworden ist, muss man das tatsächlich annehmen. Da haben wir ihn leider damals ein bisschen in die Suppe gespuckt, indem wir den Antrag eingebracht haben, das Gesetz zu verlängern. Sie hätten Farbe bekennen müssen und dagegen stimmen müssen. Dann wäre aber öffentlich geworden, wie weit es bei Ihnen mit Frauengleichstellung her ist. Stattdessen haben Sie das in zwei Jahren verlängert, weil man ja ordentlich Zeit braucht, um das Ganze zu vernünftig einzubringen. Aber wie weit die vernünftige Einbringung gereicht hat, sehen wir, dass wir jetzt wieder unter Zeitdruck sind. Es kann Ihnen also nicht so furchtbar am Herzen liegen. Wenn mir etwas am Herzen liegt, dann sorge ich dafür, dass ich es angehe, dass ich es wegschaffe und die Situation, die nicht tragbar ist, verbessere. Das hat 2011 alles auf den Tisch gelegen. Sie haben bis heute gebraucht. Sie haben bis heute gebraucht, um diesen Entwurf vorzulegen, von dem Sie eine Ankündigungspolitik gemacht haben, die enorm war, dass alle darauf gewartet haben, was jetzt alles für großartige Verbesserungen für die Frauen kommen. Ja, ja, es kommen auch ein paar Verbesserungen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Angekündigt war ein Handlungskonzept, dass die Frauen endlich in Leitungspositionen kommen. Ja, wo ist denn Ihr Handlungskonzept? Es besteht jetzt darin, dass Frauen besser an den entsprechenden Fortbildungen beteiligt werden müssen. Das ist noch lange kein Handlungskonzept. Wo ist das denn? Wir haben doch nicht so wenig Frauen im öffentlichen Dienst. Überall da, wo hart gearbeitet wird, haben wir Frauen. Wir haben Frauen, die im Publikumsverkehr tätig sind. Wir haben die Frauen in den Reinigungsabteilungen, wo sie noch nicht outgesourcht sind. Wir haben die Frauen in den Kitas. Da, wo hart gearbeitet wird, haben wir die Frauen in den Leitungspositionen, wo auf einer anderen Ebene hart gearbeitet wird. Da finden wir sie deutlich weniger. Das hätte man in Angriff nehmen müssen. Denn das hat auch die Evaluation damals sehr eindeutig hervorgebracht. Wo ist denn die Situation für mehr Personal für die Frauenbeauftragten? Wo ist denn die Situation mit einem klaren, eindeutigen und hilfreichen Klagerecht für die Frauenbeauftragten? Das ist alles nicht mehr zu finden. Wissen Sie, die Juristinnen und Jurist haben Ihnen sehr deutlich gesagt, was abgeschafft werden muss, ist die Diskriminierung bei den Beurteilungen der Frauen, insbesondere die Diskriminierung bei den teilzeitbeschäftigten Frauen. Wo ist denn da Ihr Handlungsfeld, das Sie angehen? Wo ist denn da die klare Ansage, dass auf das, was in Forschung entwickelt worden ist, mit den Instrumenten, die man dafür anwenden kann, dass das auch angewendet werden muss? Das suchen wir alles vergeblich. Stattdessen finden wir, dass ehrenamtliche Tätigkeit eine Rolle spielt. Da könnte man jetzt noch einmal geteilter Meinung sein. Denn wenn ich an die klassische Familienfrau denke, die jede Menge an Hausarbeit und Kinderbetreuungsarbeit zu leisten hat, wie viel Raum da noch für Ehrenamt ist, dann ist die Frage, wer denn da vielleicht noch einmal den besseren Teil dabei ist, wenn Sie das als Kriterium einfügen? Das mag hilfreich sein, vielleicht auch nicht. Es ist jedenfalls nicht der große Wurf. Aber die Frauenbeauftragten heißen jetzt Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, und sie haben ein Initiativrecht. Das ist nun wirklich gemessen an dem, was Frauenbeauftragte in den letzten Jahren gearbeitet haben und unter Beweis gestellt haben, wie wichtig ihre Tätigkeit ist. Das ist das Mindeste, was man ihnen einräumen muss. Das ist sozusagen die allerkleinste Möglichkeit. Sie haben die Möglichkeit, sich direkt ans Ministerium zu wenden. Auch an dieser Stelle muss man noch einmal schauen, ob das dann hilft. Es ist eben nicht verändert worden, dass es 600 Beschäftigte sein müssen, bis es eine wirkliche Freistellung gibt. Wenn man sich die Situation an den Hochschulen anguckt, die hohe Fluktuation aufgrund der Personalsituation, die wir da haben mit befristeten Verträgen usw., Drittmittelverträgen usw. das heißt doch für die Frauenbeauftragten dort, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, dem Job, den sie haben, nämlich genau hinzugucken, wie bei den Einstellungen mit Männern und Frauen umgegangen wird, ob da wirklich alle Aspekte erwogen werden, dass das oft gar nicht möglich ist. Das ist alles immer noch sehr dünn, was Sie da anbieten. Vollmundig angekündigt war ein Organklagerecht, und das ist tatsächlich etwas Neues. Es gilt allerdings nur, wenn die Rechte der Frauenbeauftragten aus dem Gesetz verletzt wurden und wenn kein Frauenförderplan aufgestellt wurde, und das alles nach einem mehrstufigen Widerspruchsverfahren. Das heißt, es macht so viel Arbeit für die ohnehin schon bis zu Grenzen belasteten Frauenbeauftragten, dass sie sich lange überlegen werden, ob sie das dann wirklich in Anspruch nehmen. Wie die Landesregierung damit Vorbild für hessische Unternehmen sein will, um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen voranzubringen, bleibt einzig Ihr Geheimnis. Aber vielleicht lüften Sie uns das ja irgendwann. Dass BÜNDNIS 90 die GRÜNEN mit dem Gesetz zufrieden sind, wie Frau Erfurth betont, wundert nur denjenigen, der die Metamorphose, und zwar die schnelle Metamorphose von Grün bis Schwarz, den Weg aller Bananen. Ich möchte Ihnen hier das Lied von Marc-Uwe Kling empfehlen. Keine Angst, ich singe nicht. Das kann ich nämlich nicht. Aber Sie sollten es sich einmal anhören. Das ist an der Stelle ziemlich hilfreich. Wer diesen Metamorphosenweg nicht kennt, der wundert sich, dass hier noch Zustimmung besteht. Im August vor zwei Jahren verlautbarte die grüne Landtagsfraktion, dass sie Richtung des SPD-Entwurfs zu unterstützen sei und von Ihnen unterstützt würde, dass man nach der Anhörung vielleicht noch an Detailfragen arbeiten müsse. Die frauenpolitische Sprecherin hat damals gesagt, dass Hessen dringend ein neues Gesetz brauchte, um die Beschäftigungssituation und die Aufstiegschancen von Frauen im öffentlichen Dienst zu verbessern. Die Landesregierung hat das aktuelle Gesetz komplett ausgehöhlt und wirkungslos gemacht. So waren damals die Positionen der GRÜNEN. Ich füge heute dazu, dass Schwarz und Grün das Gesetz kaum besser gemacht hat, so wie es jetzt ist. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. – Das Wort hat Frau Abg. Erfurth, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Kollege Schaus hat mir eben zugerufen, ich würde das rechtfertigen. Nein, ich brauche nichts rechtfertigen. Ich bin durchaus stolz, dass wir Ihnen in der schwarz-grünen Koalition dieses Gesetzes heute als Gesetzentwurf vorlegen können, weil es wirklich substanzielle Verbesserungen bringt. Frau Kollegin Schott, ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie es noch einmal in Ruhe. Manche Formulierung erschließt sich nicht beim ersten Lesen, sondern es ist klug gewählt, was wir hier formuliert haben. Manche Formulierung wird sich vielleicht auch erst im Laufe der Zeit in Gänze auswirken. Herr Kollege Wagner, manche werden es vielleicht auch nie verstehen. Ja, es langt ja hier an, warum jetzt ein Fraktionsgesetz? Ja, wir haben ein Fraktionsgesetz vorgelegt, weil wir nämlich das Ziel hatten, dass dieses Gesetz noch bis zum Ende des Jahres im Gesetzblatt stehen muss, damit auch die Frauenbeauftragten im nächsten Jahr wissen, auf welcher Grundlage sie arbeiten. Da ist uns schlicht – das kann man hier durchaus auch einmal zugeben – die Zeit davon gelaufen. Deshalb ist es am Ende ein Fraktionsgesetz geworden. Das will ich auch durchaus sagen. Wir haben hier in Kooperation und enger Abstimmung mit dem Sozialministerium gearbeitet, und dafür bin ich an dem Punkt durchaus dankbar. Manche Daten hatten wir noch gar nicht, weil die Evaluation noch ausstand. Von daher ist das kein Geheimnis. Da machen wir auch keins von, sondern da gehen wir ganz offen mit um. Das neue Gesetz hat einen ganz klaren Kompass. Ich will noch einmal die drei Hauptschwerpunkte nennen. Wir wollen mehr Frauen in Führungspositionen haben. Wir wollen, dass Frauen und Männer mit Familienaufgaben auch die Karriere mit diesen Aufgaben unter einen Hut bringen können. Wir wollen die Rechte der Frauenbeauftragten stärken. Das sind drei sehr anspruchsvolle Zielsetzungen, die sich so leicht dahersagen, aber die die Grundlinien sehr klar umreichen. Daran haben wir das Gesetz ausgerichtet. Außerdem haben wir darauf hingewirkt, dass die Belange von Frauen mit Behinderungen besonders in den Fokus genommen werden. Wir haben in den Grundsätzen des Gesetzes festgehalten, dass das Prinzip von Gender Mainstreaming künftig das Leitprinzip in den Dienststellen der öffentlichen Verwaltung sein soll. Das wird nicht alle Dienststellen sofort mit hundertprozentiger Freude erfüllen. Sie werden nicht alle sagen, das machen wir sofort und morgen. Aber, da bin ich mir sehr sicher, das wird auf Dauer die Führungskultur verändern. Die Führungskultur in den Dienststellen wird auf Dauer so angelegt werden, dass wir tatsächlich die Frauen in Führungspositionen ganz anders bekommen werden. Wir haben das Prinzip der Entgeltgleichheit im Gesetz verankert und auch die paritätische Gremienbesetzung. Frau Gnadl, wir haben auch den Geltungsbereich des Gesetzes für ausgegliederte Unternehmen erweitert. Sie sagen, jetzt haben wir nicht ausreichend gemacht. Ich sage, ich freue mich, dass wir es hingekriegt haben, dass wir hier eine Chance eröffnet haben, für ausgegliederte Unternehmen die Grundsätze des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes anzuwenden, wo Kommunen oder andere öffentliche Dienststellenunternehmen ausweiten. Wir haben das mit Augenmaß gemacht. Ich finde, das ist der richtige Weg, nicht mit der Brechstange, sondern mit Augenmaß, damit wir niemanden verschrecken und darauf hinwirken, dass sich die Grundsätze dieses Gesetzes langsam, aber sicher auch verbreiten. Meine Damen und Herren, es gibt sehr viele gute Beispiele in dem neuen Gesetz, den ich Ihnen jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht alle aufzählen kann. Ich will mich einmal auf zwei Punkte konzentrieren, nämlich auf die Bereiche Frauen in Führungspositionen und Stärkung der Rechte der Frauenbeauftragten. Etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung sind Frauen, aber ihr Anteil nimmt ab, je höher die Führungsebene. Das ist so etwas wie kommunizierende Röhren. Frau Gnadl, da haben Sie leider auch immer schon darauf hinweisen müssen, dass das so ist, und es ist so. Daran gibt es gar nichts wegzudiskutieren. Je höher die Führungsebene, je weniger stark die Frauendichte. Da ist unbestrittener Handlungsbedarf. Da müssen wir ansetzen. Wir müssen erreichen, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Dann muss man um die Instrumente streiten. Sie sagen, wir müssen immer grundsätzlich die Frau bevorzugen. Wir sagen, das hat schon einmal nicht geklappt. Das hat nämlich schon einmal dazu geführt, dass ein Gesetz verfassungswidrig wurde. Wir wollen am bewährten Instrument festhalten. Bei gleicher Eignung werden Frauen bevorzugt. Das machen wir auch weiter so. Das ist, glaube ich, der rechtssicherere Weg. Außerdem wollen wir den bewährten Frauenförderplan als zentrales Instrument erhalten. Aber wir haben neue Maßnahmen dazugestellt, die eine geschlechtergerechte Personalentwicklung gewährleisten sollen. Wir bieten einen ganzen Strauß von Maßnahmen an. Ich will Ihnen nur wenige daraus greifen, mit denen man geschlechtergerechte Personalführung in Zukunft machen kann, z. B. die Erprobung von Führung in Teilzeit oder eine geschlechtergerechte Personalkostenbudgetierung oder die Veränderung des Beurteilungswesens unter Anerkennung der Erwerbsbiografien von Männern und Frauen. Ich glaube, das sind neue Instrumente. Wenn sich Dienststellen trauen, sie anzuwenden, dann werden wir auch eine ganz andere Personalstruktur bekommen. Ich glaube, dass wir damit auch einen zukunftsweisenden Weg in der Personalführung haben. Für uns GRÜNE ein besonderes Anliegen war, dass Frauen und Gleichstellungsbeauftragte so gestärkt werden, dass sie in ihrer Funktion noch besser werden können und ihre Arbeit noch besser erfüllen können. Dazu haben wir gemeinsam mit den Kollegen von der CDU eine Vielzahl kleiner Stellschrauben ausgemacht, von denen ich jetzt nur einmal ein paar herausstellen möchte. Ja, Frauenbeauftragte dürfen sich künftig direkt ans Sozialministerium wenden. Was Sie da so kleinreden, Frau Schrott, war ein großes Anliegen der Frauen, die mit uns gesprochen haben, die gesagt haben, wenn wir mit unserem Bürgermeister und unserer Bürgermeisterin nicht in einen Topf kommen, dann ist Ende im Gelände. Wir dürfen uns noch nicht einmal im Sozialministerium anrufen. Das ist, glaube ich, eine praktische Hilfestellung, wie man einem Anliegen gerecht werden kann. Wir haben uns bei der Freistellung der Frauenbeauftragten darauf geeinigt, sie klarer zu regeln. Das schafft Rechtssicherheit. Die Frauenbeauftragten bekommen ein Organklagerecht, so wie es das auch im Bundesrecht gibt, Frau Gnadl, in den Ländergesetzen von Berlin, Bremen, Thüringen und Brandenburg. Das, was Sie als erweitertes Recht haben wollen, gibt es nach meiner Kenntnis bisher in noch keinem anderen Bundesland. Hessen ist damit unter den Flächenländern West wegweisend. Wir führen dieses Organklagerecht in unser Hessisches Gleichberechtigungsgesetz ein. Wir sind uns sicher, dass die Frauenbeauftragten es sehr mit Fingerspitzengefühl anwenden und es nur dann nutzen werden, wenn es nicht mehr anders geht. Aber es ist eine wirksame Waffe in der Hand der Frauenbeauftragten, wenn sie ihre Rechte nicht anders durchsetzen können. Von daher freue ich mich auf die Anhörung und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. – Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ausgehend von den drei Leitzielen des Gesetzes, nämlich der Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Beseitigung der bestehenden und Unterrepräsentation von Frauen lässt sich sowohl in den Dienststellen der Landesverwaltung als auch in denjenigen der hessischen Gemeinde und Gemeindeverbänden und der anderen betroffenen Institutionen eine ganze Reihe von positiven Gestaltungsprozessen und Fortentwicklungen verzeichnen. Eine gute Personalpolitik setzt Chancengleichheit von Frauen und Männern voraus. Erst die praktische Umsetzung dieser Erkenntnis in allen Hierarchieebenen und allen Bereichen vermag, es über kommende Strukturen aufzubrechen zugunsten einer modernen, leistungsfähigen und innovativen öffentlichen Verwaltung, die den zukünftigen Herausforderungen dann auch adäquat begegnen kann. Das zeigt auch der gerade jetzt dem Landtag übersandte und veröffentlichte fünfte Bericht der Landesregierung zur Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes. Dieses Bericht belegt, dass heute im öffentlichen Dienst des Landes Hessen mehr Frauen als Männer arbeiten. Es gibt überaus erfreuliche Zuwächse bei der Repräsentanz von Frauen in den höheren Besoldungs- und Entgeltgruppen. Trotzdem nennt dieser Bericht auch Defizite. Sie sind eben gerade noch einmal angesprochen worden. Es handelt sich zunächst um die nahezu unveränderte ungleiche Verteilung von Frauen und Männern in der Position mit Vorgesetzten und Leitungsaufgaben. Da will ich aber einen Einschub machen, weil ich an der Stelle immer sage, wir müssen uns überlegen, wie wir die Definition von Führungsaufgaben an dieser Stelle machen. Ich sage Ihnen einmal, was ich ausgesprochen erstaunlich finde. Da ich relativ lange dabei bin, wo es auch einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Wir haben einen Ministerpräsidenten und zehn Ministerinnen und Minister. Dass die Leitungen von Ministerbüros durchaus Führungsaufgaben beinhalten, ist relativ klar. Wenn von elf Führungsaufgaben neun von Frauen wahrgenommen werden, ist das ein ganz deutliches Zeichen, welchen Schwerpunkt wir auch in die Repräsentanz von Frauen in Führungsaufgaben setzen innerhalb der Landesregierung. Trotzdem besteht ein weiterer Handlungsbedarf auch bei der beruflichen Entwicklung von Beschäftigten mit Familienaufgaben, und zwar bei Frauen und Männern. Bislang werden minderjährige Kinder oder pflegebedürftige Angehörige überwiegend von Frauen betreut, die dafür in Teilzeit tätig sind und vielfach Nachteile in ihrer beruflichen Entwicklung in Kauf nehmen müssen. Aber auch Männer wollen zunehmend Familienaufgaben übernehmen und laufen in Gefahr, in ihrer beruflichen Laufbahn in dem Moment den kürzeren zu ziehen, indem sie auch nur ihre Bereitschaft zu einer familienbedingten Teilzeittätigkeit oder Auszeit bekunden. Es bedarf also einer gesetzlichen Regelung für den öffentlichen Dienst in Hessen, damit Chancengleichheit de facto in allen Bereichen der Lebenspraxis auch wirkungsvoll umgesetzt werden kann. Von der Novellierung voraus ging eine Evaluierung zu den derzeitigen Problemen und Erwartungen an dieses Gesetz, an der sowohl die Normadressaten des Gesetzes als auch die Expertinnen und Experten aus hessischen Frauenorganisationen und den Kommunalen Spitzenverbänden beteiligt waren. Ihre Stellungnahmen wurden umfassend geprüft und erörtert. Es versteht sich von selbst, dass es je nach Standpunkt der einzelnen Expertisen sehr unterschiedliche Anforderungen an eine Novelle gibt. Während beispielsweise Frauenverbände und Gewerkschaften vielfach eine Erweiterung des Geltungsbereichs des Gesetzes und eine deutliche Stärkung der Frauenbeauftragten forderten, wurde vonseiten der öffentlichen Arbeitgeber, der Verwaltungsvereinfachung und der Bürografievermeidung ein hoher Stellenwert eingeräumt. Es gibt sehr unterschiedliche Interessen. Diesem Gesetz gelingt es, diese verschiedenen Erwartungen und Forderungen in Einklang zu bringen und damit Grundlagen zu schaffen, dass dort, wo es notwendig ist, eine spezifische Frauenförderung möglich ist und eine ausgewogene und partnerschaftliche Chancengleichheit von Frauen und Männern fördert und bewirkt wird. Das ist ein guter Ansatz in diesem Gesetz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Ergebnisse der Evaluation schloss von vornherein eine einfache Verlängerung oder Novellierung auf. Deswegen gibt es ein neues Gesetz. Ein besonderer Fokus liegt dabei in der Funktion der Vorgesetzten und Leitungsaufgaben. Für die Verbesserung der Zugangs- und Aufstiegsmöglichkeit für Frauen in Führungspositionen sollen zukünftig Stellenausschreibungen immer auch in Teilzeit erfolgen. Auf diese Weise soll eine Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten aufgrund familiärer Aufgaben noch immer eine Domäne der Frauenleiter gegenüber Vollzeitbeschäftigten vermieden werden. Es wird klargestellt, dass Führungspositionen im Grundsatz auch in oberen Hierarchieebene in Teilzeit wahrgenommen werden können. Sie bekräftigen natürlich auch den Anspruch von Frauen auf Führungskräftefortbildung. Ein ganz besonderer Fokus wird in diesem Gesetz gelegt auf die Unterstützung derjenigen, die Familienaufgaben wahrnehmen. Insofern werden in diesem Gesetz erstmals beide Geschlechter angesprochen. Denn gerade auch bei vielen jüngeren Männern besteht der Wunsch, sich verstärkt in die Familienaufgaben einzubringen und hierzu auch zeitweilig den eigenen Beschäftigungsumfang zu reduzieren. Dann gilt das Gleiche auch für junge Männer. Auch dort darf es dann nicht zu einem Karriereknick kommen. Das Organklagerecht ist eben schon angesprochen worden. Es ist dann auch wieder sehr deutlich und darin sieht man das. Es geht nicht um die paritätische Besetzung, wie eben gefordert, von Auswahlgremien bei der Personaleinstellung. Was hat die paritätische Besetzung damit zu tun? Gibt es ein spezifisches Recht der Frauenbeauftragten? Das Recht der Frauenbeauftragten ist verbriefter als die der Personalvertretungen. Das hat mit Parität gar nichts zu tun, sondern es hat mit einer Rechtsstellung der Frauenbeauftragten zu tun. Das Organklagerecht gibt ihr die Möglichkeit, wenn ihre Rechtsstellung als Frauenbeauftragte im Zweifel gezogen wird, dieses gerichtlich nachprüfen zu lassen. Das stärkt die Frauenbeauftragten ungemein innerhalb der einzelnen Bereiche des Landes. Insofern ist natürlich auch die Fragestellung der Grenzen, wann Freistellungen vorgenommen werden sollen, neu definiert worden. Damit wird auch Raum eingeräumt der Möglichkeit, dass Frauenbeauftragte, die in kleineren Beschäftigungsbehörden oder in Behörden oder Institutionen tätig sind, auch einen Teil freigestellt werden, um ihre Aufgaben wahrzunehmen. Das, was immer an uns herangetragen wird, kann auch ein Mann eine Frauenbeauftragte sein. Das ist in diesem Gesetzentwurf ganz bewusst nicht aufgeführt worden, weil dieser Gesetzentwurf insgesamt von dem Tenor getragen ist, die Rechte der Frauen zu stärken, Aufstiegsmöglichkeiten zu eröffnen und damit zu einem partnerschaftlichen Miteinander in der öffentlichen Verwaltung zu kommen. Herr Minister, vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das war die erste Lesung des Gesetzentwurfs. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung wird der Gesetzentwurf in den Fachausschuss überwiesen. Das ist allgemein mit freudiger Erregung zugestimmt. Dann darf ich Ihnen noch mitteilen, dass der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung jetzt zu Beginn der Mittagspause im Sitzungsraum 204 M tagt. Ich erinnere noch einmal an die Ausstellung Wege zur Selbstständigkeit, Kunst aus Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, der WfB Rhein-Main e.V., die jetzt in der Ausstellungshalle beginnt. Damit sind wir am Ende der Beratung heute Vormittag. Ich unterbreche die Sitzung bis 15.10 Uhr. – Vielen Dank. – Alles Gute.